In mehreren Interviews gibt Nikolai Vavilov dem Zuschauer die Möglichkeit, die Ereignisse um die vermeintliche Coronavirus-Epidemie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Er zeigt dem Zuschauer die politische Seite der aktuellen Ereignisse in China. Diese Interviews sind zwar alle auf Russisch, aber ein Interview ist mit englischen Untertiteln versehen. Dieses Interview wird in der Videobeschreibung verlinkt. Die Untertitel können aber auch als eine einzelne Textdatei heruntergeladen werden. Der Link befindet sich ebenfalls in der Videobeschreibung. Und jetzt die kurze Zusammenfassung dieses Videos. Die amerikanische und die proamerikanische Landeselite in China versuchen zur Zeit unter dem Deckmantel einer Virus-Epidemie das wirtschaftliche und soziale Leben in China zum Stillstand zu bringen. um so Unzufriedenheit in der chinesischen Bevölkerung zu schüren, damit diese letzten Endes auf die Straße geht, um ihre Unzufriedenheit in einem massenhaften Volksaufstand zu äußern, um auf diese Weise einen Führungswechsel zu erzwingen. Dabei ist die chinesische und die amerikanische Landeselite bereit, einen Bürgerkrieg in China in Kauf zu nehmen. Diese aktuelle Situation erinnert sehr stark an die Ereignisse, die zu dem versuchten Regierungsumsturz im Jahre 1989 geführt haben. China spielt in der aktuellen Zeit eine wichtige Schlüsselrolle. Sie haben sicherlich die lang andauernden sogenannten Studentenproteste in Hongkong mitbekommen im Sommer und im Herbst 2019. Das war ein Versuch, China von innen zu destabilisieren. Dieser Versuch ist aber gescheitert. Die chinesische und die amerikanische Landeselite ist zur Zeit wie ein wildes Tier, welches in die Ecke gedrängt wurde und deshalb zu allem Möglichen bereit ist. In China ist die innenpolitische Atmosphäre aktuell im höchsten Maße angespannt. In diesem Jahr sollten bis zum Monat März die Bürgermeister aller großer bedeutender Städte und alle Sekretäre des Zentralkomitees ausgetauscht werden. Es hätte eine Personalrotation stattfinden sollen. Zu Ungunsten der proamerikanischen Landeseliten in China. Und plötzlich bricht in den ersten Tagen des Monats Januar eine in Anführungszeichen mysteriöse, schreckliche, gefährliche Virusepidemie aus. Und der wichtigste Verkehrsknotenpunkt, die Stadt Wuhan, wird komplett abgeriegelt. In China gibt es jährlich viele Grippeepidemien, aber da achtet normalerweise überhaupt niemand drauf und es wird nichts abgeriegelt oder unter Quarantäne gestellt. In diesem Fall aber stehen die eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen in keinem gesunden Verhältnis zu der angeblichen Gefährdung. Das gab es in China vorher noch nie. Es ist das gleiche, als würde man die Stadt Berlin abriegeln und unter Quarantäne stellen, nur weil dort lediglich 100 Menschen niesen oder husten würden. Und wenn man die vermeintliche Coronavirusepidemie unter diesem Blickwinkel betrachtet, dann bekommt die gesamte Situation mit dem Virus eine ganz andere, eine politische Bedeutung. Durch die sogenannte Virusepidemie wurde die geplante Personalrotation vorerst blockiert. Der amtierende Präsident Xi Jinping hat aber den ersten Angriff der proamerikanischen Gruppierungen ausgehalten und geht nun zum Gegenangriff über. Weil seine politischen Kräfte aber nicht so groß sind, wie man eventuell denken mag, muss er eine direkte Konfrontation vermeiden. Und so geht er mit Hilfe verbündeter Clans gegen diese proamerikanischen Gruppierungen vor. Die politische Landschaft in China ist bei weitem nicht so homogen, wie es scheinen mag. Das Land wird von verschiedenen politischen Clans kontrolliert. Einige stehen loyal zueinander und andere wiederum bekriegen sich, wie man aktuell beobachten kann. Das Land wird von vielen Ein certification, die ein Ding merkt, ein Formatieren und Topf von Hierpflot . Vielen Dank.